Der hat von Lionel Richie bis James Brown dann mit allen mehrfach gespielt, so, weißt du, der kann dir Sachen erzählen. Ich habe seit 2016 keine Tour mehr gespielt, so, und bin auch zufrieden damit. Dann meinte er, okay, was, wenn wir es im Sitzen machen und unplugged, und dann zeigt er mir Jay-Z, unplugged, und ich bin so, ey, warte mal. Mittlerweile ist es dann so, wie du gesagt hast, ich habe Proben vor den Proben. Darauf habe ich gar nicht hingearbeitet, weißt du? So, ich habe auf eine Milliardensache hingearbeitet, das weißt du, weißt du, ich mache immer alles so, aber das nicht. Und das kommt jetzt, und es bringt mich immer wieder zurück, so, an meine Anfänge, so, das ist crazy, boah. Und dieser Film geht durch die Decke, dann läuft er weltweit, ich kriege aus Taiwan Nachrichten auf deren Schrift und so, weißt du, so. Eine crazy Situation die ganze Zeit, aber das war alles in diesem Wahn von Erfolg und Mucke und Rock'n'Roll und Studio und Trauer und so, weißt du, keinem irgendwas gesagt, keiner hat mich erreicht. Viele Menschen sind auch dann enttäuscht worden, weil die mich erreichen wollten. Ich war fünf Jahre im Knast und dachte, okay, jetzt habe ich einiges gesehen, so. Da war ich durch die Welt irgendwie, so, und dachte, ich habe einiges gesehen, so. Und jedes Jahr lerne ich nochmal, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe es als Verantwortlicher nicht mehr geschafft, die Sachen ordentlich zu Ende zu bringen, sondern habe die Kontrolle verloren irgendwann, so, über die Businesse. Und Hip-Hop, Bro, wie oft sollen wir dann noch Gold gehen und alles, weißt du, so, das haben wir alles geschafft, Gott sei Dank, wir sind sehr dankbar, so, weißt du. Nicht zu sehr versuchen, jetzt ein Filmproducer zu sein und ein Filmemacher, weil das bin ich nicht, auch wenn ich eine große Leidenschaft da habe, aber, sondern eher dafür zu sorgen, dass Sachen möglich werden. Jo, 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 was geht, was geht, was geht. Chata geht mit großer Band auf Tour, genauer gesagt mit den Heavytones. Die sind bekannt von TV Total, haben schon gespielt mit Kylie Minogue, Adele, James Brown, Eminem, Jay-Z. Es wird fünf Shows geben, die erste ist jetzt schon sehr bald, 26.03. in Köln, dann geht es weiter im April in Frankfurt, Berlin und Hamburg und im Juni gibt es nochmal eins in Stuttgart. Und darüber wollen wir heute sprechen, plus über all die wilden Geschichten rund um Goldman und AON und kommende Alben. Herzlich Willkommen, the one and only, Chata! Danke, dass du hier bist. Geil, geil. Erste Frage, wichtigste Frage, wie geht es dir? Gut, danke schön. Mir geht es wieder gut. Ja, mach deinen Bart, der sieht fresh aus. Ja, Toxic. Ja, Respekt. Das war ein sehr stabiler Bart. Das muss ich jeden Tag gar nicht denken, wenn ich so... Ja, Toxic, ne? Du wusstest es. Ich hätte irgendeinen so einen Bartpflege-Deal bekommen. Ja, Mann. Vielleicht. Lass mal machen, ich glaube, komm, du organisierst es für mich und dann lebst du es in mir aus. Keine dobe Idee, Alter. Lass mal so ein Bart-Business starten, ja. Aber fangen wir, lass anfangen mit der Tour. Ja, Toxic hat ja gerade schon ein großes angekündigt. Du bist jetzt auf Tour, du bist ja selber Sohn eines Komponisten und du hast ja selber gesagt, dass du als Kind immer deinem Vater zugesehen hast bei seinen Auftritten. Jetzt gehst du auf Tour mit der Kölner Instrumentalband Heavy Chains. Was ist das für ein Gefühl? Es ist eine Mischung aus großer Begeisterung, Kindheitsträumen, musikalischer, so, ja, nächste Step-Entwicklung, so. Das Gefühl davon, aber alles überdeckt mit sehr viel Aufregung und Nervösität. Wie hat deine Familie darauf reagiert, als du denen von deinem Vorhaben erzählt hast? Wie hat deine Familie darauf reagiert, deine Mama, als du dir das erzählt hast? Sie hat gesagt, endlich machst du Musik. Warum nervös eigentlich? Weil diese Locations so krass sind? Weil es so krass ist, mit so einer Band zu performen oder irgendwas? Ja, also erst mal, wir proben seit, also wir haben das erste Mal geprobt im Sommer, letztes Jahr, so und das ist Heavy Tones, Wolfgang Dahlheimer, das ist ein anderes Level von Abliefern. Man merkt, die haben 20 Jahre TV oder mehr auf dem Buckel und der hat von Lionel Richie bis James Brown dann mit allen mehrfach gespielt, so, weißt du, der kann dir Sachen erzählen und dem Level dann gerecht zu werden, ist schon, dazu gehört eine Menge Arbeit. Also ich musste sehr viel an mir arbeiten, sehr viel. Ich kam da am Anfang noch so mit meinem Rock'n'Roll-Modus so irgendwie vier Stunden zu spät, dann ist schon der erste Instrumentalist ausgestiegen. Der war so, ey, was ist hier für eine Amateurveranstaltung? Der ist einfach raus, der ist viel Geld, Digga. Weißt du, nicht wenig, der ist einfach gegangen. Und da habe ich gemerkt, okay, krass und auch so an den Reaktionen, weißt du, und ich weiß Wolfgang Dahlheimer immer mehr zu schätzen, der ist so für mich echt deutsche Quincy Jones, wie er arrangiert die Sachen und so und er spielt so acht Keyboards gleichzeitig und so, schreibt alles für alle, jeden Tag neu, weißt du, TV Total, seit wie vielen Jahren, weißt du, aber von ESC bis was, also was der schon alles produziert hat und so. Das ist halt für mich ein Level so, das sorgt für Nervosität, so Aufregung, weil ich dem gerecht werden will. Und generell bin ich auch nicht so die Rampensau, so nüchtern bin ich schüchtern, besoffen nicht zu stoppen. Ja, man merkt, krass nicht. Das ist schlach jetzt, aber so. Machst du als Rapper nicht, aber am Ende des Tages immer noch das Gleiche? Also du hast dann deinen Einsatz und dann rappst du halt deinen Sechzehner und. Ja, das Ding ist, auf Rapshows war es so, wenn ich den Tags verkackt habe, habe ich einmal Liegestütze gemacht, weißt du. Oder ich bin ins Publikum gejumpt, weißt du, und habe eingesoffen mit den Jungs. Das ist Hip-Hop, weißt du. Aber bei der Nummer, es ist so, ich sollte am besten nicht verkacken, so, weißt du, weil da sitzen noch 20 Leute irgendwie mit auf der Bühne, die das mit auffangen müssten. So, und dann halt die Venues auch, die du angesprochen hast, so, ich war dann in der Kölner Philharmonie, für ein Fotoshooting, und die war leer, und ich war nervös, Digga, weißt du, ich war so, boah, weil Hip-Hop ist so, du bist auf der Bühne und die Fans, die Audience ist so da, weißt du, aber jetzt ist die Audience auf einmal da, da. Weil das so wie im Griechenland diese antiken Dinger sind, in der Mitte ist die Bühne quasi. Dann ist das Licht auch hell und so, das ist ja auch nicht so Hip-Hop, weißt du. Und die sitzen auch alle, die Crowd, oder? Die sitzen, dann ist es noch viel einfacher zu beobachten und zu kritisieren, weißt du. Das muss sitzen, Bro, denke ich. Vielleicht manchmal auch zu viel Kopf. Ja, wahrscheinlich beides. Macht ja nicht so viel Kopf, und ich glaube, das ist einfach. Aber man merkt, du hast dich echt gebessert, du warst heute auch nur eine Stunde zu spät. Ja, Mann, Alter. Das ist so frech schon. Danke dir, die Geduld immer, ja, mit mir. Bro, normal, Alter. Die Bohnen müssen zusammenhalten. Die letzten Jahre waren schlimm. Ja. Die letzten Jahre waren viel Bock. Aber erzähl mal noch, wie kam es jetzt dazu, die Connection zu den Heavy Tones? Also bist du auf die zugegangen, kamen die auf dich zu? Wie ist das entstanden? Also, ich habe tatsächlich, also ich habe ein neues Management in der ganzen Apokalypse, Goldman-Apokalypse, die so passiert ist, in dem Aftermath danach. So, ich habe ein neues Management, BTA, und da ist auch Landstreicher mit drinne, sozusagen. Also, nämlich schon mal Landstreicher und Budde-Verlag und Landstreicher. Und Landstreicher ist halt Philipp aus Bonn, Süßdorf, das ist so 500 Meter von Guserberg. Also, das grenzt direkt an Guserberg, so. Und wir saßen dann da, irgendwie vor anderthalb Jahren oder so, Rheingold-Zeit, und dann hat er mich gefragt, ja, was mit Live, was machen wir? Ich war so, ey, Bro, seit ich es mir leisten kann, spiele ich keine Konzerte mehr, so. Ich habe seit 2016 keine Ton mehr gespielt, so. Und bin auch zufrieden damit, das ist auch so. Und ich würde es auch gerne so belassen, weißt du? Und dann meinte er, warum? Meinte ich, ey, guck mal, Bro, ganz ehrlich, dieses ganze Hip-Hop-Rating, so, weißt du? Ich bin auf der Bühne und werfe doch Hände hoch und ich habe halt nicht so viele Hits. Weißt du, so, es gibt Acts, die haben, es gibt Rapper, die haben Hits ohne Ende, die gehen auf die Bühne wie Hafti, Digger. Der rappt einfach 40 Minuten, lässt einfach nur das Mic so im Publikum, weißt du? Das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir gibt es dann viel diese Momente, wo man irgendwie hypen muss und ey, da habe ich keinen Bock drauf und ich bin auch vielleicht irgendwie zu alt dafür. Weißt du, es gibt Leute, die sind so alt wie ich und die sind nicht so alt dafür, aber ich fühle mich da nicht mehr so. Ich würde ungern auf eine eigene Show von mir gehen, so, weil es zu ungemütlich ist, denn ich bin zu erwachsen dafür und so. Und dann meinte er, okay, was, wenn wir es im Sitzen machen und unplugged und dann zeigt er mir Jay-Z, unplugged und ich bin so, ey, warte mal. Aber ich denke direkt so an Ibrahim Tatlis' Show, so, der hat so eine Show, weißt du, seit Jahren, wo er so sitzt, weißt du? Und ich war so, ey, Bro, das ist übertrieben. Mit Gästen dann oder was ist das für eine Show? Ja, Ibrahim Tatlis ist so, keine Ahnung, ja, so Jay Leno-mäßig, aber er ist ja Musiker, da gibt es viel um Musik so. Lädt immer andere Musiker ein und so. Er sitzt, die Leute sitzen, er redet, er macht Musik und so. Und ich habe an sowas gedacht dann. Also das kam mir dann in den Kopf und ich war so, ey, Bro, das ist Killer. Damit wäre ich d'accord, aber so richtig, das fühle ich. Und das wäre dann nicht so gezwungen. Und er war so, okay, ich check mal, was Bands-mäßig geht. Und dann kam er mit Heavy Toads so. Und klar, ich kenne die, so, aus TV Total. Ich weiß, dass sie mit allen Legenden, Living Legends, so, aus der Musikgeschichte gespielt haben, so. Aber natürlich hatte ich meine Sorgen. Und dann gab es die Probe letztes Jahr, das erste Mal, so in den Mavic Studios in Köln. Und dann saßen die da alle und dann haben die mal Mantel gespielt, einen Song von mir. Und, boah, die haben das auf jeden Fall auf ein anderes Level gebracht, so. Und die Träume, die wir eigentlich in unseren Beats hatten und vielleicht nicht ganz bis zum Ende ausleben konnten, die haben die dann einfach fulfilled, so. War das dann der Punkt, wo du realisiert hast, ich will das auf jeden Fall machen? Ja, hundert Prozent. Also, es ist so, dass ich jetzt, das Live-Ding, womit ich schon längst abgeschlossen hatte, ist auch für mich so, ey, ich bin kein Live-Künstler. Das ist für mich jetzt neu. Also, ich würde es noch 20 Jahre machen. Was für ein Sound wird das denn dann sein? Das ist nicht so klassische Musik, sondern es ist halt Funk und Soul und Jazz dann? Also Rap logischerweise, aber ich meine von dem, was die Band spielt. Das ist AON-Sound to the fullest, also das, was AON immer so transportiert hat und versucht hat, vielleicht noch mehr zu transportieren, so, das ist da jetzt. Komplett, die jazzigen Elemente, das ganze soulige, jazzige, leicht von, aber so G-Fong, Gangster, so. Das ist so, das, boah, diese Akkorde, die spielen, das ist krank, ist krank, boah. Du hattest auch bei Böhmermann schon mit dem WDR-Dings-Funk- und Tanzorchester, wie das heißen soll. Jetzt hast du zwei Sachen vermischt, ja. Es gab WDR und es gab Böhmermann. Ah, okay, und wo war denn dieser Auftritt, den ich gesehen habe? Achso, Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld ist Böhmermann, ne? Nee, Böhmermann ist ZJF. Achso, RTVO. Nee, nee, das ist Rundfunk-Tanzorchester. Achso, okay. Da hattest du doch auch diesen, da hattest du doch auch einen Auftritt, oder? Ja, genau, genau. Kann man sich das dann so vorstellen ungefähr, oder ist das wieder eine ganz andere Nummer? Ja, das war sehr String-lastig so. Es ist schon eher so Gangster-Funk-mäßig jetzt, weißt du? Es ist schon so die Gangster-Akkorde. Er ist dann noch mehr, also das Ding ist, Wolfgang Dahlheimer ist der Kopf, der Heavy Tones so, und wir haben uns getroffen bei D'Angelo. Da war so unser Punkt, wo wir gesagt haben, okay, du fühlst, ich fühle komplett. Und darauf basierend so ist auch die ganze, also das ganze Arrangement so, also das harmonische Akkorde und so, Gangster-Shit, so wie wir es immer gemacht haben. Bei den Beats, wo man merkt, okay, da ist auch ein Anlass immer gewesen, so bei den CO-Beats, bei den Katar-Beats und so, Kalib. Genau, das Ding, so komplett. Geil. Dein Manager hat gerade verraten, ich hoffe, ich darf es schon raushauen, die Proben waren scheinbar so dope, dass ihr gesagt habt, wir bringen das auch auf Vinyl. Ah ja, genau, ja, also wir bringen eine Rehearsal-Version, eine Rehearsal-Edition auf Vinyl, das heißt so Rehearsals in den Mavic Studios, die wir hatten, also richtig mit dem, wir labern noch so, ey, mach das lieber so, oder wir machen das so, oder ey, komm du da rein und so. Und viele Fehler von mir noch so in meinen Texten und in meinen Einsätzen, ich komm zu früh oder ich komm zu spät. Und das haben wir als Rehearsal-Edition auf Vinyl, genau, und die werden wir exklusiv nur auf der Tour anbieten, so, mit Vinyl digital zusammen, Shoutouts und den Munch Cowboys. Kann man das auch bei Streaming dann hören, oder hört das nur der Mensch, der, okay, das ist schon auf der Tour, dass wir hier kommen. Also, die können sich das auch auf Vinyl holen und das ist so, wie sagt man, so Feinschmecker-Scheiß, das ist nur für sich zu Hause. Ja, na man, und du hast eben schon gesagt, du musstest quasi Proben, für die Proben dann, mit den Heavy Tones, wie anstrengend waren die Proben so? Also, am Anfang, wie gesagt, war ich noch so auf Rock'n'Roll, ich bin einfach dahin, zu spät, mit Baileys und hab so mein Ding gemacht, hab allen Baileys angeboten, so, um die Leute noch besoffen zu machen. Aber da hab ich irgendwann gemerkt, okay, hier läuft eine andere Nummer, und jetzt mittlerweile ist es dann so, wie du gesagt hast, ich hab Proben vor den Proben, also wir hatten jetzt Generalproben, und ich musste davor drei Wochen Proben, so. Das Ding ist, ich spiele auch Piano-Solo, ich hab lange kein Piano mehr gespielt, so. Und Tobi, mein Männchen, er ist auch, er spielt auch Piano, ich will nicht sagen, er ist Pianist, jetzt seitdem er Bach mit München und Sonat verwechselt ist. In der letzten Revision gerade. Auf jeden Fall hat er mich da trainiert, so, ich hab viel geübt, und dann war halt der Generalproben-Tag, und ich spiele so richtig schlecht, so, Ding, Ding, Fehler, Bam, Fehler. Und Wolfgang guckt mich da an, so, weißt du, Wolfgang Dahlheim, der Held von den Heavy Tones, der so an seinen 18 Keyboards sitzt, und gleichzeitig sagt er, okay, Bro, ähm, und ich merke, er will mich schützen, weißt du, er ist so, hey, weißt du, wenn du das so machst, das könnte nicht so förderlich für dich sein auf der Bühne und so, und ich bin so, boah. Und dann haben wir aber geübt, 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 und ich hoffe, ich krieg's hin, was soll ich sagen, Alter, Inshallah. Ja, also die Songs sind dann irgendwie, also, ich mach mich ohne Menge Kopf, um die Nummer. Naja, mehr, Mann. Die habt ihr ja wahrscheinlich auch, die spielen ja nicht nur deine Beats nach, sondern, ich glaub, das ist ja auch teilweise neu arrangiert, irgendwo hast du sogar neuen Text und so weiter, also man hört die halt in ganz neuen Versionen, und wer's hören will, muss es sich halt auf der Tour reinziehen, weil, wär wahrscheinlich auch als Aufnahme sowieso nicht das gleiche Erlebnis, wie sich das live reinzuziehen, aber, ja. Genau, also auf der Aufnahme, also auf der Vinyl sind jetzt auch nicht alle Tracks, die wir live spielen, drauf, aber, ähm, ja, live, da werden auf jeden Fall viele Solos, Instrumental-Solos dabei sein, und so. Ich werd auch ein paar Sachen erzählen da, und so. Also es wird eine sehr emotionale Veranstaltung, ich sag euch ganz ehrlich, bei den Proben, das sind auch die, die haben halt, weißt du, Wolfgang hat Songs so ausgesucht, weißt du, was sie aus deren Perspektive so sehen, und ich vertraue denen da auch ein bisschen, und, äh, es hat auch viel gematcht, und da sind halt auch emotionale Nummern dabei, die ich eigentlich schon vergessen hatte, so, und es war sehr schwer, ehrlich gesagt, viel mit Tränen gekämpft und so, weißt du, also es wird eine sehr emotionale Veranstaltung auch. Warst du zufrieden mit dem, was sie ausgesucht haben, ist ja schon eigentlich, also du gibst so eine Verantwortung ab, obwohl es ja deine Songs sind. Ja, voll, also die haben tatsächlich alle Songs, die sein müssen, die haben die auch ausgesucht, tatsächlich, und dann gab es aber so Songs, wo ich dachte so, hey, come on, der Song hat so, ich habe ihn gemacht, klar, ich habe ihn auch gefühlt, aber irgendwie Leute haben ihn nicht so gefühlt, ich weiß nicht, spielt man ihn dann live, aber die sagen, ey, die können, der Song ist geil zum Spielen, so, und es könnte einfach, wenn wir den spielen, einfach ein anderes Feeling geben, so, lass uns das probieren, und ich vertraue denen ein bisschen, weißt du, aber die Songs, die sein müssen, die sind auch da, also die Fans werden nicht enttäuscht sein. Was für ein Publikum erwartest du denn da eigentlich? Haben wir dann da so ein Philharmonie-Publikum, oder haben wir klassische Hatar-Fans, oder treffen die sich, oder wer wird da sein? Ich habe keinen Dunst, Bro. Ich check's nicht. Ich weiß, die Tickets gehen auf jeden Fall gut weg, so, und das ist auch jetzt nicht so das Natürlichste bei mir, ich bin jetzt nie der gewesen, der irgendwie, ich war ja kein Live-Künstler, Bro. Du meinst ja, du hast seit 2016 keine Tour gemacht. Ja, ich habe seit 2016 keine Tour gemacht. Plus Gangster-Rap ist ja in Deutschland auch öfter so gewesen, dass mehr Leute hinter der Bühne als vor der Bühne sind. Weißt du, das ist, ja, ich weiß nicht genau warum, aber es ist ja öfter so, also, wir sehen mal eine Menge so Straßen-Rap- und Gangster-Rap-Acts in Deutschland, die jetzt, ja, nicht so Touren ausverkauft haben. Für mich ist das eh, für mich ist das eh alles crazy, so, weißt du, in so Venues zu spielen, ich check das gar nicht, so, weißt du, das hat mein Management da klar gemacht, so, und, äh, für mich ist das eine Riesen-Ehre, mit so einer Band zu spielen, in solchen Venues, und ich versuche einfach, so, wirklich dem gerecht zu werden. Ich habe keine Ahnung, Publikum, ich habe schon gehört, dass, so, jetzt Philharmonie, Elbphilharmonie in Hamburg und Köln-Philharmonie und Staatsoper Stuttgart oder Staatstheater, keine Ahnung, und da sind wohl eine Menge, ähm, Saisontickets-Zuschauer auch, die haben so Saisontickets, ja, und die können sich dann aussuchen, zu welchen Shows die gehen, genau, aber auch, ich kriege ja Nachrichten von einer Menge Day-One, so, weißt du, die erwachsen geworden sind mit mir, so, die mit mir groß geworden sind und jetzt auch dann mit ihrer Frau kommen wollen oder mit ihrem Freund, so, oder, ja, es wird auf jeden Fall eine erwachsene Veranstaltung. Hast du, hast du auch so, äh, mitgekriegt, dass ihr irgendwie Gegenwind da drauf so bekommen habt, dass Leute das auch ablehnen oder so, ich habe einem so einen Bild-Zeitungsartikel geschrieben, warum lässt die Oper so einen auf die Bühne, war da die Headline, und da gab es da so ein, so ein FDP-Abgeordneter, wurde da zitiert mit, äh, wer aus einem Gewaltdelikt eine Corporate Identity macht, der gehört wohl eher nicht auf eine staatliche Bühne. Welcome to Hip-Hop. Ja, aber so, gab es da Diskussionen, war es vielleicht auch schwer, die Lokation zu kriegen oder so? Hast du recht? Ja. Also höre ich jetzt gerade von dir, so, Tobi, der ist noch fern von mir. Der Artikel lasst sich auch ein bisschen so, als hätte man... Ich bin sehr gewohnt, Digga, ich bin Katar, Digga, ich habe nur Scheiß am... Ich meine, jetzt ist auch die Bild, also was erwarten von der Bild. Ja, naheliegende Idee auch, daraus so ein Fitness zu machen. Weißt du, was... Ja, Kölner Stadt. Ich war selber so, so, so konservativ noch, dass ich das so selber nicht so ganz gecheckt habe, weil Elbphilharmonie war für mich schon so, okay, come on. Echt jetzt? Weißt du, mein Vater ist auch so, bis heute noch so, hey, du denkst, du spielst da, aber du wirst da nicht spielen. Ich so, ja, so, weißt du, er glaubt es gar nicht. Weißt du, weil Elbphilharmonie ist schon heavy, Digga, das ist so ein World, das ist dein Leben, so. Irgendwo auch sein Traum, ja auch, den du da lebst, oder? Ja, ja, genau. Also er ist als Komponist und Dirigent nach Deutschland gekommen und in der Elbphilharmonie wird er da noch nicht gespielt haben, die gab es da noch gar nicht, so, aber wahrscheinlich in grob vergleichbaren Locations und so. Und jetzt ist das schon eine sehr nice Geschichte, dass du dann quasi in diesen Locations am Ende landest. Das ist crazy, bro. Das ist crazy, bro. Ich lasse auch meine Kinder kommen an dem Tag und so. Ich war immer da, wenn mein Vater gespielt hat, so, das ist sick. Und das ist etwas toxic, darauf habe ich gar nicht hingearbeitet, weißt du? So, ich habe auf eine Milliarde Sachen hingearbeitet, das weißt du, weißt du, ich mache immer alles so, aber das nicht und das kommt jetzt und es bringt mich immer wieder zurück, so an meine Anfänge, so, das ist crazy, bro. Sollte so sein. Ja, passt auch irgendwie natürlich hinter den Film, der ja auch ein super krasser Erfolg war und das ist dann so ein bisschen irgendwie in so einer anderen Kulturform nochmal angekommen und in anderen gesellschaftlichen Bereichen irgendwie so angekommen mit dem, was du machst. Siehst du dich dann in den nächsten Jahren wieder mehr Künstler sein eigentlich als Unternehmer? Weil in den letzten Jahren hat man dann vor allem immer die Story gehört von Chata, dem Unternehmer. Badöl. Könnten wir machen, ne? Oder was du alles gemacht hast, halt von Köfte bis Eis und so weiter und so fort. So ein Weed Venture gibt es ja auch noch, wo du mit drin hängst dann und so. Also sehr, sehr viele Sachen. Geht der Fokus jetzt wieder mehr auf Kunst? Absolut, also der Fokus ist tatsächlich mehr auf mich selbst auch so als Act. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Business gemacht, so sehr, sehr viel und 99% ist wie immer, hat nicht funktioniert, so 1% hat immer funktioniert und davon lebe ich dann. Und ja, ich bin dankbar für alles, so was war so. Aber es ist jetzt so gekommen, ohne dass ich es geplant habe, es ist so gekommen, dass ich jetzt Fokus mehr auf mich habe und auch auf mein Leben. Also ich habe nie an mein Leben, mein eigenes jetzt so gedacht. Und das ist das erste Mal seit ein paar Monaten, dass ich das mache und einfach auch mal wahrnehme, was ich tue so in dem Moment. Weißt du, das tut sehr gut, ehrlich gesagt. Das kenne ich gar nicht, das ist neu für mich. Ich habe immer nur auf Zukunft, Gas geben, Gas geben, Gas geben, so Hustle, weißt du, laufen. Und in dem Zusammenhang beschäftige ich mich sehr oder in dem Rahmen bietet es sich das erste Mal, dass ich mich sehr viel mit meiner eigenen Musik und dem Erk-Chata so beschäftige, wo ich mich drum kümmere. Und das macht Bock auf jeden Fall. Und das sorgt dafür, dass ich Output, also überdurchschnittlich viel Output an den Tag legen werde jetzt. Das ist auch so eine neue Situation, und auch für dich vor allem. Hast du irgendwas Neues über dich selbst sogar gelernt vielleicht jetzt in diesem Prozess? Einfach dadurch, dass du so andere Leute kennengelernt hast, du hast selber gesagt, schon mit der Verspätung und so, das ging nicht mehr. Was hast du generell einfach so, was war das für ein Prozess für dich? Also ich bin dankbar für jeden Moment und jede Begegnung, die ich in dem habe mit irgendeinem Menschen. Und ich sehe überall Momente, wo ich lerne. Ich versuche es auf jeden Fall. Und ja, ich war fünf Jahre im Knast und dachte, okay, jetzt habe ich einiges gesehen. Dann war ich durch die Welt irgendwie so und dachte, ich habe einiges gesehen. Und jedes Jahr lerne ich nochmal, ich habe gar nichts gesehen. Digga, gar nichts gesehen. Ich dachte, ich hätte Menschenkenntnis und lerne jedes Jahr, okay, du hast keinen Funkenplan von Menschen. So, weißt du? Und in den letzten Jahren das ganze Goldman-Ding und so. Und ich habe sehr viel, ich habe mich am Ende isolieren müssen, für mich selbst so. Ich habe mich drei, vier Monate, bin ich in Klausur gegangen und habe einfach nichts getan und nichts gesehen und nichts, keine Information, auch wirklich Familie ab, ich habe Kinder, ich habe sogar das gekattet, alles so, weil es wäre dahin gegangen, dass keiner was davon gehabt hätte, von den Menschen, Jiva so. Deswegen dachte ich, komm, ich mache jetzt Klausur mit allem und habe versucht, ein Reset zu machen, dahin zu kommen, wo man als Mensch sein sollte, so in der natürlichen Grundausstattung, die Gott dir mitgibt. und lerne jetzt, weil ich jetzt wahrnehme viel mehr und nicht nur nach vorne gucke. Vorher war so, der Artist muss dahin, der muss dahin, der muss dahin, er regelt es, macht es, guckt, das ist die Musik, die Musik, das kann knallen, das nicht. Das war nur das, ich habe nur an den nächsten Tag gedacht. Jetzt ist es so, ich gucke und ich sehe, wenn ich auch hier bin, ich lerne von dir, ich lerne von dir, ich lerne von dir, die ganze Zeit so. Das waren so deine letzten Monate dann, dass du viel zu Hause warst, mit deiner Family warst und erst mal so aufs Leben klarkommen und über Dinge nachdenken? Ich bin weggegangen, auch von meiner Familie, also ich bin komplett weggegangen. Die letzten Jahre waren sehr heavy, weißt du, du musst dir vorstellen, dieser Film geht durch die Decke, dann läuft er weltweit, ich kriege aus Taiwan Nachrichten auf deren Schrift und so, weißt du, aus Brasilien, weißt du, wir haben Künstler in Brasilien, die auch poppen und so und die schreiben mir auf einmal anders, weißt du, weil die den Film gesehen haben und es darüber läuft und auf einmal haben die so anderen Respekt vor mir und so. So crazy Situationen die ganze Zeit, aber das war alles in diesem Wahn von Erfolg und Mucke und Rock'n'Roll und Studio und Tower und so, weißt du, und Gott sei Dank hat Gott mich da rausgenommen, so, weißt du, er hat mich da rausgenommen und hat gesagt, hey, stopp, so und ich bin dann einmal komplett weggegangen, es war so Q4 letztes Jahr, ich bin komplett raus gewesen, einfach weg, anonym, keinem irgendwas gesagt, keiner hat mich erreicht, viele Menschen sind auch dann enttäuscht worden, weil die mich erreichen wollten, so und die waren es gewohnt, dass ich deren Leben irgendwie nach vorne bringe, so, aber ich musste mich kurz um mich selber kümmern und, äh, du hattest so vor ein paar Jahren, gab es auch schon mal diese News, wo du so meintest, ey, ich dachte erst, ich habe irgendwas mit Zahnfleisch oder sowas, aber dann Krankenhaus und mein Körper hat irgendwie einen komplett Reset gemacht und so weiter und so fort, was war das denn? Das war gesundheitlich, das war so körperlich, gesundheitlich. War das einfach so ein Breakdown oder hattest du irgendwas Konkretes dann? Ich glaube, das war so mein erstes Mal, dass ich, äh, diesen Hustle, diesen kranken Hustle, den ich hatte, so, dass ich das körperlich gespürt habe, so, das war das erste Mal, das war ja dann ein Schlaganfall und, ähm, wo die Ärzte, die, das waren junge Ärzte auch, die mich kannten und so, die ich teilweise selber kannte und die waren so, ey, bro, slow down, du kannst jetzt keinen Schlaganfall haben. Aber das hast du ja damals nicht gemacht, nein, das ist ja schon ein bisschen her, so, also die Zeit, von der du gerade geredet hast, war ja dann schon nach dem Schlaganfall. Genau, genau und danach, was halt passiert ist, ist es seelisch, weißt du, seelisch ist nochmal eine andere Nummer als körperlich so und, äh, ich kann gar nicht glauben, dass ich derselbe bin, also ich hätte niemals, vor ein paar Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich das überhaupt will, weißt du, dieses raus aus diesem Mega-Hustle und mal kurz Pause machen, so, habe ich nie gedacht, ich dachte immer, ey, guck mal, ich habe, ich bin der Mensch in der Linie der Erben, so, der dafür sorgen muss, dass wenigstens eine Ledertasche vererbt wird, weißt du, so irgendetwas, weißt du, ich ändere das jetzt, so, ich habe die, ich habe das Ding auf den Schultern, so, das, das, das war so mein Gedanke und deswegen habe ich gesagt, ich gebe Gas, bis ich abkacke, so, aber, äh, ich habe jetzt irgendwie gelernt, auch, nicht Gas zu geben, bis zum Abkacken, sondern, zu leben. Und der Punkt, wo das in deinem Kopf so irgendwie Klick gemacht hat und du dachtest, ich ändere das jetzt, war damit dadurch, dass, dass die ganze Goldmann-Gruppe auch irgendwo vor die Wand gefahren ist, weil es gab ja irgendwann diese Pressmitteilung, war im September, glaube ich, letzten Jahres, wo vom Insolvenzverwalter eine Pressmitteilung rauskam, dass die Goldmann-Unternehmensgruppe sich im Insolvenzverfahren befindet oder mehrere Unternehmen und so weiter und da standen ein paar Details, dass, ja, es gibt da irgendwie eine Menge Rückstände und Liquiditätsengpässe, obwohl man ja materielle Werte hat und laufende Einnahmen aus der Musik und so weiter und so fort. Was, was ist, das war dann der, der Turning Point, dass du irgendwann gesehen hast, gemerkt hast, okay, Digga, das, äh, das läuft einfach nicht mehr, hier fehlt die Kohle und wir werden das nicht schaffen? Nee, nicht das wirklich, also, sowas, ähm, ist nichts, was mich aufhalten würde, weil das hatte ich schon so oft in meinem Leben, also, Niederlagen oder sowas hatte ich schon sehr oft und habe ich auch immer wieder, weißt du, und, äh, damit kann ich umgehen, ähm, das, Das war einfach nur, äh, die Businesses sind sehr groß geworden für meine Verhältnisse und, äh, ich hab's als Verantwortlicher nicht mehr geschafft, äh, die Sachen ordentlich, ähm, zu Ende zu bringen, sondern, hab die Kontrolle verloren irgendwann, so über die Businesses und, äh, dadurch kam es dann dazu, dass Firmen ins, äh, äh, schwanken kamen, Und, äh, obwohl, wie alle da draußen wahrscheinlich, die dann sich damit beschäftigen, wissen und sich dann auch fragen, äh, wie, aber der hat doch die ganzen Kataloge und die ganze Musik und so, ja, ist auch so, aber, wenn du die Kontrolle verlierst, so, und, ähm, dann können halt Sachen passieren, wo, äh, die, die halt dafür sorgen, dass es nicht mehr, äh, dass, dass die Sache sich nicht mehr trägt, so, und, äh, das passiert, klar, das ist alles reparierbar, so, wird auch gerade tatsächlich jetzt gemacht von Menschen, die, also von Insolvenzverwaltern, und, Also, werden die Unternehmen geschlossen dann am Ende, oder werden die das renoviert und laufen dann weiter, oder weiß man das einfach noch nicht? Ja, die werden repariert, also dadurch, dass sie hohe Umsätze haben, die Firmen, wird das alles irgendwie repariert, und Firmen, die dann Kohle zubekommen haben, oder Finanzen haben, was auch immer, das wird dann auch alles geregelt, so, ist auch gut, also Gott sei Dank ist mir das passiert, weil ich habe jetzt erst festgestellt, wie wenig Kontrolle ich über, über alles noch hatte, ich hatte teilweise 30, also zeitweise 30 Mitarbeiter, so, und, äh, sehr viel Verantwortung abgegeben, und jetzt sehe ich erst, äh, wie sehr, ich hätte eigentlich noch dahinter, sein müssen, so, weißt du, als Unternehmer, ich bin kein Unternehmer, weißt du, alle labern, Katar-Unternehmer, und so, ich gebe einfach nur Gas, weißt du, Sachen entstehen, so, und das muss ich jetzt auch lernen, weißt du, so, Unternehmer bin ich auf jeden Fall nicht. Oder vielleicht bist du nicht, oder nicht Manager vielleicht, weil das sind ja, ich kann mir total vorstellen, dass man die Übersicht verlieren kann, oder sonst was, wenn man so, gerade, weil ja jeder weiß, wie viele Sachen ihr gemacht habt, wie viel du gemacht hast, all diese Projekte, und so weiter, und so fort, kann man, kann sich da auch irgendwie dann noch jeder vorstellen, dass selbst bei laufenden Einnahmen das sein kann, dass man Übersicht verliert, dass irgendwo Fehler passieren, dass irgendwo was verloren geht, oder dass man einfach in Liquiditätsengpass bedeutet, ja, einfach nur, du hast zu dem Zeitpunkt gerade nicht die Kohle, die du brauchst, beispielsweise, um XY zu bezahlen, oder du verlierst die Übersicht bei der Steuer, oder so, das ist aber ja alles eine Management-Sache, weißt du, also das eine ist ja, Ideen zu haben. Aber es ist meine Verantwortung, es ist meine Verantwortung am Ende des Tages, so, weißt du, und ich kann da keine Schuld auf jemand anderen schieben, so, und da habe ich dann festgestellt, okay, ich bin kein Unternehmer, ich bin nicht dieser Mann, der morgens aufsteht und sich denkt, okay, was macht der Mitarbeiter, was macht der, was, ich muss das so überprüfen, ich brauche ein Screen Mirroring von seinem Laptop, was er den ganzen Tag mit seinem Cursor macht, und so, weißt du, ich gehe ins Studio. Was, glaube ich, auch in der Pressemitteilung schon drin stand, ist, dass du jetzt aber nicht in Privatinsolvenz bist oder so, man muss das ja noch ein bisschen trennen, ne, man hat so Unternehmen, und das sind dann, keine Ahnung, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, und da gibt es einen selbst, aber gleichzeitig ist es auch nicht so, dass wenn du eine GmbH vor die Wand fährst, dass du dann safe aus dem Schneider bist, wegen der beschränkten Haftung oder so, weil, ne, wenn du dann die Verantwortung für Sachen übernehmen musst, oder dir Fehler nachgewiesen werden, dann fällt das auch auf dich wieder zurück, also, wie stark betrifft das dich selbst, weil das ist auch teilweise, dass dann so, ja, Haftar ist Pleite oder so, aber ist Haftar Pleite oder ist Haftars Unternehmen Pleite, oder, weißt du, wie kann man das auseinanderhalten? Ja, also jeder, der ein bisschen rechnen kann und sich mit unseren Sachen beschäftigt, wird schon feststellen können, dass wir schwer Pleite gehen können, also, wir haben Hip-Hop, also wir haben einen relevanten Anteil des Deutschrap-Katalogs, so generell an Hip-Hop, so, Gott sei Dank, ich bin sehr dankbar dafür, und dafür haben wir aber auch viel gearbeitet, das ist da, so, ich als Person, natürlich, ich mache noch meine eigene Kohle als Act, so, und unabhängig davon, dass ich Unternehmerkohle auch noch verdient habe, so, aber, klar, ich bin jetzt nicht pleite, also. Ich habe mal Artikel gelesen, laut Vermögenmagazin bist du 10 Millionen Euro schwer und 1,5 Millionen sollst du allein dieses Jahr verdienen, ist das kompletter Bullshit, oder? Wollen wir jetzt ehrlich darüber reden, ne? Hast du das selber gelesen, so? Nein. Das kam irgendwie vor Parteien online, so, ja, von einer Woche, glaube ich, vom Vermögenmagazin, und die haben halt gesagt, du bist 10 Millionen Euro schwer und circa 1,5 Millionen wirst du wahrscheinlich voraussichtlich in diesem Jahr verdienen, so. Also, ich sage mal so, 2007, 2008, so, Toxic erinnert sich an die Zeit, wo wir alle angefangen haben, so, Banger, Selfmade, dann Aslux, so, Life is Pain, so, wir alle, so, wir haben alle in einer Zeit angefangen, wo es eigentlich kein Geld zu machen gab, mit Hip-Hop, so, keine Ahnung, warum wir das alle gemacht haben, wir haben sehr viel Geld reingesteckt und wir haben das jahrelang durchgezogen und ich denke mal, alle so aus der Zeit, wir verdienen jetzt im Schlafen auf jeden Fall unser Geld, aber wir haben wirklich viel geopfert und Sachen gemacht, zu Zeiten, wo Leute uns für verrückt erklärt haben, und jetzt sind wir froh und glücklich, Teil, mit Founder, dieses deutschen, funktionierenden Rap-Geschäft zu sein, so, irgendwie, irgendwo, weißt du, und sind sehr dankbar und freuen uns über alles, was passiert und ja, klar, wir verdienen Geld, so, und, ich, das sind Firmen, wie du sagst, Toxic, man, das sind GmbHs, aber ich bin jemand, ich bin nicht so, dass ich sage, okay, die GmbHs sind jetzt am Arsch und dann habt ihr Pech gehabt, alle und so, so bin ich nicht, weißt du, ich glaube sehr, ich arbeite mit Gottes Physik, so, seit ich das tue, funktioniert mein Leben viel besser und, ähm, nennen es Karma, so, und, äh, jeder Mensch, der sein Ding getan hat für uns und dafür bezahlt werden muss, der muss auch bezahlt werden, weißt du, und, das ist ein wichtiger Punkt dabei, weil wenn man sagt, so Liquiditätsengpass, was bedeutet das, die Firma kann gerade was nicht bezahlen, also, irgendwelche Menschen warten auf ihre Kohle, so, und das werden ja öfter wahrscheinlich auch Leute sein, zu denen du eine Beziehung natürlich hast und die du kennst und so weiter und so fort, das ist ja jetzt nicht nur das Finanzamt, wo man vielleicht emotional nicht ganz so mitgenommen ist, dass die jetzt ihre Kohle gerade nicht gekriegt haben, aber, so, äh, kriegen die alle ihre Kohle am Ende, ist das der Hustle gerade? Also guck mal, das Ding ist, wir machen das ja seit 15 Jahren und wir hatten, vielleicht mal so in einem kleinen Level hatten wir hier und da Liquiditätsengpässe, aber sonst hat immer jeder seine Kohle bekommen und es geht ja darum, da sitzt ein Grafiker oder ein, ein Producer, der sich denkt, okay, guck mal, der Typ macht hier 20 Millionen in drei Monaten einen Film, der hat so und so viel Künstlerkataloge, der hat alles Mögliche und dann kann er mir meine 300 Euro nicht zahlen, so, weißt du, und das habe ich aber gar nicht auf dem Schirm, weil ich, wie gesagt, die Kontrolle verloren habe. bei 30 Mitarbeitern und keine Ahnung, zehn Firmen und dann Strukturen, die da gebaut wurden von Leuten, die ich eingestellt habe, die nur Strukturen bauen, so, weißt du, die stellen irgendwelche Freilancer ein und so. Ich war da irgendwann in irgendeinem Film, das CEO irgendwann kam und meinte, ey, ich will mein Paket da haben, was ich da bekomme, irgendwie von, von Ortmann oder keine Ahnung was und die Rezeptionistin war so, ja, Moment, das muss doch durch die Freigabekette und der war so, ey, ich sehe das Paket, da willst du mich verarschen? Ne, das muss durch die Freigabekette und so. Und er ruft mich an, er sagt, ey, wollt ihr mich hier alle verarschen? Was ist hier los? Ich sage, ey, Bruder, gib sie mir, gib ihm das Paket, so, so, irgendwann war es so weit, weißt du, und wenn es dann so weit ist, dann kriegst du das gar nicht mehr mit, dass der eine Grafiker, mit dem du seit zehn Jahren arbeitest, auf seine, keine Ahnung, ich treffe Leute, mit denen ich seit zehn Jahren arbeite und sage, ey, Bro, ey, es ist mir voll unangenehm nach zehn Jahren, Bro, aber, was, meine Rechnung seit vier Monaten, ich kriege die nicht bezahlen, ich so, wie, Digga, und ich rufe da an und die sagen, ja, Giva, wir müssen mit dir reden, meine eigenen Leute, ich sage, wie, was ist denn los? Und dann trauen die sich nicht und dann kommen Sachen raus und dann denke ich, alles Fehler hier gemacht, alles am Ende meine Schuld, so, ich hätte alles besser überwachen müssen, das ist Verantwortung, so, habe ich nicht, es tut mir auch leid, so, aber. Hast du da vielleicht einen Plan für die Zukunft schon dir überlegt, wie du das vielleicht in Zukunft halt vermeiden kannst oder jetzt Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, vielleicht, also wieder gut machst? Ja, voll, also, das Ding ist, ich werde es einfach nicht mehr machen, so, ich hatte sehr viel Feuer und Energie und so, Künstler aufzubauen, Unternehmen, Brands aufzubauen und so, das habe ich auch genug gemacht, die Sachen funktionieren ja auch noch, die sind ja noch unterwegs und funktionieren die Sachen und generieren teilweise exorbitante Umsätze, weißt du so, und für unsere Hip-Hop-Verhältnisse so und das ist auch cool, aber ich werde kein, also ich werde außer Hatta und ein paar Filmprojekte, werde ich kein neues Produkt mehr, kein neues Kulturprodukt mehr schaffen, weißt du so, also neue Künstler und so, also ich kriege sehr viele Künstler, ich zeige keine Künstler mehr, das werde ich mir machen. Was ist denn mit dem bestehenden, also wir haben jetzt über Goldman gesprochen und über diverse Firmen, die alle zu diesem Imperium irgendwie so dazugehörten und immer noch dazugehören, was ist mit alles oder nix, das stand glaube ich auch damals in der Pressemitteilung, das ist jetzt nix, nicht um AON dabei geht, das ist dann eine getrennte Firma, aber was heißt das für CEO, was heißt das für Schwester Ewa, so was, wie geht es da weiter, machst du das noch? Also ich habe schon vor Rheingold, genau vor dem Release von Rheingold, das war im Sommer, 22 glaube ich, habe ich mit allen Künstlern geredet und gesagt, ey Leute, guck mal, ich werde ab jetzt nicht mehr, also es wird nicht mehr so sein, dass ich der Manager für euch bin, der alles im Griff hat, so, weil ich werde jetzt voll für den Film am Start sein, CEO hat mir selber geraten, so, aber ich habe es dann auch so gemacht und habe dann alle darum gebeten, dass wir nicht mehr weiter das Ding machen zusammen, weil ich dem nicht mehr gerecht werden kann und ich will nicht der halb abliefernde Manager sein, oder Label Manager, so, ich will das nicht sein und die waren auch cool damit, die haben das verstanden und ich habe auch mit denen zusammen teilweise den weiteren Weg zusammen gecheckt, ey, wo geht man am besten danach hin, wo findet man eine Label Heimat und so, bei den Majoren und Ist das denn schon passiert? Ja, 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 zum Beispiel mit Enno haben wir selber, ich habe hier selber auch kraten, bei Enno weiß man das ja, aber bei Ever zum Beispiel hatte ich das jetzt nicht auf dem Schirm oder oder CEO oder Sammy Ne, Sammy ist so mit mir Bro Sammy ist auch ein Wunder, dass er heute nicht dabei ist, aber es hat private Kunden, gute private Kunden auf jeden Fall ne, bei CEO ist es so gewesen auf jeden Fall, dass wir das auf jeden Fall gesprochen haben und da auch die weiteren Schritte, also ich habe da auch meine Empfehlungen gegeben und er weiß aber auch genau selber, was er tut, CEO ist ein schlauer Mensch und bei Enno genauso und bei Ever ist es so, da ehrlich gesagt nicht so, da hatten wir nicht so gesprochen, aber da haben wir in letzter Zeit viel gesprochen, wir haben irgendwie wieder zueinander gefunden, nach meiner ganzen, nach meinem ganzen Aftermath und meiner Isolation und so und vielleicht machen wir jetzt auch ein paar spannende Sachen zusammen, vielleicht so ein CEO Ever Podcast, weißt du, überlegen, ob wir sowas machen. Kommst du auch auf die Tour? Ne, das ist nicht geplant, das Problem ist, diese Venues, es war schon sehr schwer, mich in diese Venues zu bekommen, weißt du, mit so, der Senat in Hamburg musst du entscheiden, das ist schon sehr schwer gewesen, weißt du, so und dann, AON, leider ist jeder Artist, sehr, weißt du, nicht so, diese Brand Safeness, leider für diese, sehr, sehr Gangster auf jeden Fall, so und, genau, da ist die Sorge groß, aber, nein, aber alles cool, so, alles cool und, genau, AON, nur um das, abzuschließen, AON ist auf jeden Fall, ist ein Label, das war zwar ausgenommen von der Insolvenz, ist aber dann trotzdem in die Insolvenz gegangen, so, aber das ist auch eine Insolvenz, also ich hab's jetzt irgendwie gelernt, es gibt halt Insolvenzen, wo dann am Ende das Ding Shutdown, da wird das Ding zugemacht, so, weißt du, aber das ist auch ein Ding, was wieder rauskommt, es wird nur organisiert, geregelt, weißt du, jeder bekommt seine Kohle und so und dann kommt das Ding, weil die Umsätze sind da, jeder, das ist ja klar, weißt du, also große Umsätze, aber was wir vorhaben, ist halt, Repertoire Arbeit, weißt du, also das, die Brand ist da, ich will die Brand nicht so mit einem, weißt du, so, guck mal, damals hab ich 100, 120 Prozent von mir für dieses Label gegeben, für alle Künstler, ich war da, 24 Stunden, ich wusste, wer welche Flip Flops in Thailand trägt, von meinen Künstlern, weißt du, so dafür hab ich gesorgt, das ist es nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich bin einfach zu alt geworden, keine Ahnung, Power nicht mehr und ich will das auch nicht mehr und das ist aber auch cool, die Künstler gehen auch alle ihren Weg, weißt du, guck mal Kalim, Digga, guck mal was mit Kalim abgeht, jedes Mal, ich hab ihn letzte Woche auch gesehen, weißt du, ich liebe diesen Jungen, der geht seinen Weg, Digga, er nimmt alles auseinander, es wird immer besser bei ihm und so. Kommt eigentlich noch Coop 2 mit Kalim? Woher weißt du das? Hast du schon mal rausgehauen? Ja, Kalim meinte, er erschießt mich und Haftbefehl, wenn wir das nicht mit ihm zusammen machen. Okay. Deswegen wird es kommen. Zu dritt Tag. Ja genau, es wird Coop featuring Kalim. Okay, okay. So wird das Ding sein. Wilder da. Sehr geil. Genau. Wenn wir vielleicht, sorry. Wann? Also ist das so eine Idee oder ist das ein fertiges Release? Also ja, es passieren jetzt gerade auf jeden Fall ein paar Sachen, es wird, sagen wir mal so, es wird eine digitale, es wird eine Digitalplattform geben, die heißt Gaddafi. Die droppe ich jetzt mal. Das wird jetzt die Tage rauskommen. Darüber kommt auch mein Album jetzt. Das ist ein Zusammenschluss mit Alexander Lacher. Also Ex-Groovetech. Juice. Empire. Verlag. Rapp.de. So weißt du, genau. Und da ist es jetzt so, ich bin da kein Label oder sowas, sondern das ist einfach eine digitale, dezentralisierte Plattform zum Releasen, so wie ich denke, dass es sein müsste für Hip-Hop mit meinen Erfahrungen, die ich habe, mit meinen bescheidenen Erfahrungen. Aber so, dass Leute mit Katalogen dahin kommen können und nicht unter jemanden sind oder so, sondern alles auf Augenhöhe und selber auch Sachen komplett transparent checken können, entscheiden können und so. Das ist aber nicht in meiner Hand, sondern das ist komplett ein Ding von Lacher, also Empire slash Ramp.io. Das ist schon ein größeres Ding. Die sind auch schon mittlerweile hinter Racketjet stecken und sind da so ein paar andere größere digital vertrieben. Die machen die ganze Technologie so. Und darüber werde ich jetzt mal in den Album bringen und darüber werden jetzt auch ein paar Sachen rauskommen, die mit Kalim vielleicht zu tun haben. Ich will gar nicht zu viel sagen, aber das hat alles seine Abläufe. Und so wie es aussieht, auch Coop 2 featuring Kalim. Also es ist geil, dass wir so in die Zukunft gucken und dass es weitergeht und dass es so geile Projekte dann gibt, aber es gab ja noch so andere Sachen immer so zwischendurch. Ihr beide hattet auch schon mal ein Interview darüber gemacht, dass der Tower dann irgendwann geschlossen wurde. Das war auch noch ein Teil der Geschichte. Dann gab es irgendwann Maestro, der über Drogenexzesse im Tower gesprochen hat und so weiter und so fort. Schon vorher, weiß ich nicht, habe ich mich mal gefragt, ob es zum Wendepunkt vielleicht auch war, als Mero irgendwann weggegangen ist, als ein todeserfolgreicher Künstler und so weiter. War es einfach nur so dieses, ja, wir haben irgendwann die Übersicht verloren wegen 50.000 Projekten oder war die Geschichte nicht eigentlich noch noch viel größer und umfangreicher, wenn man zum Beispiel an Mois, Maestro und so weiter denkt und dann die ganzen Storys, die da rauskamen. Ey, alles gute Erfahrungen und jeder, der, jeder, alles Individuen, die an ihrem eigenen Wachstum arbeiten, so, genau wie ich selbst. Und ich glaube, das ist nicht, also die verschiedenen Persönlichkeiten sind jetzt nicht der Grund für Sachen wie große Insolvenzen oder sowas, weißt du, also, oder, oder komplette Richtung oder komplette Einstellung von einem riesen Label oder sowas, weißt du, das ist, also das, vor allem diese Protagonisten haben noch nicht mal was mit den Labels zu tun gehabt, also, nee, 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 das sind einfach sehr abgefahrene Sachen, die passiert sind, im Tower. Der Tower war verrückt. Tower war verrückt. Boah. Also, was Maestro da gesagt hat, ich schaue uns an Maestro an der Stelle, er weiß, ich weiß, wir wissen alle, das war nur 10% so, was generell jetzt, ich will gar nicht über Mois reden, generell, so im Tower, aber das war verrückt, das war verrückt, was da abging. Da waren hunderte Künstler, internationale Künstler, der TJ läuft da rum, da läuft, keine Ahnung, er ist aus Frankreich, alle möglichen Künstler laufen da rum, deutsche Künstler, weißt du, namhafte Popkünstler auf einmal, ich schaue mir, warum ist der hier, so weißt du, ich weiß gar nicht, warum er hier ist, ein Producer hat den geladen und so und dann passieren Sachen, der bleibt eine Woche in einem Raum und so, weißt du, Popkünstler, die mehr Rock'n'Roll sind als wir alle, weißt du, wusste ich auch nicht bis dato. Ein Song ist auch entstanden, ich habe letztens mit Kit telefoniert, der hat mir den auch schon mal geschickt, ich habe schon reingehört, Timor singt die Hook, war auch irgendwie wilder Abend im Tower so und ich habe gehört, der soll jetzt am Ende auf deinem Album vielleicht landen? Ja, 100%, ich habe gehört, es gibt Zweifel, dass er auf meinem Album landet, aber der ist auf meinem Album und daran ändert sich auch nichts, also ich bin sehr stolz mit Kit einen Song zu haben, weil ich weiß, Kit sehr zu schätzen als Künstler ist für mich einer der größten Künstler, den dieses Land je hatte, so generell und auch Timor ist für mich einer der größten Künstler, den dieses Land hat, so, auch wenn die meisten, die viele ihn noch nicht kennen, aber ja, ich habe mit den beiden einen Song, der ist auch sehr deep und reflektiert und ich freue mich übertrieben, diesen Song endlich rauszubringen. Ja, auch ungewohnt persönlich von dir, also ich habe das so gehört und ich dachte mir, ey, das ist ein ganz anderer Charta als sonst so, mit Kit, der hat da so ein bisschen rausgekitzelt bei dir auch, voll, Kit ist krasser Künstler. Ist dann aber nicht die Richtung von, also das ist ja auch schon mal gesagt, sollte ein Doppelalbum werden, glaube ich, mit 30 Tracks oder so, was du fertig hast. 40. 40 Tracks. Genau, so 40 Tracks und ich hatte mit Lachafi geredet, so, weil wir es jetzt über Gaddafi bringen und wir haben jetzt entschieden, dass so jeden Monat bringen wir fünf Songs raus, also jeden Monat bringen wir eine EP-Draft wir nennen es Draft, wir wissen noch nicht, weißt du, was das Format, wie man dieses Format nennt, weißt du, aber wir bringen immer jeden Monat jetzt fünf Songs, die Tage jetzt, wenn ich mich schaffe, noch drum zu kümmern, während der Generalprobe, möchte ich schon die ersten fünf kicken, droppen, weil die auch in dem Live-Set auf der Tour stattfinden. Jetzt in Köln werden diese Songs teilweise gespielt und das wäre cool, wenn die Leute das vorher schon mal hören könnten. Deswegen, und dann wollen wir jeden Monat fünf raushauen, sodass bis Ende des Jahres dann die 40 Tracks komplett sind, weil sonst 40 auf einmal könnte ein bisschen mehr sein. in der heutigen Zeit schwieriger. Und das wird dann, ich hätte jetzt gefragt, was ist dann so die Richtung, weil ihr gerade über den Kids Song geredet habt und so, aber wahrscheinlich gibt es da nicht eine Richtung, es sind 40 Tracks, also sind es viele Richtungen, in die das geht und ist dann der gewohnte Chatar ein bisschen was Neues. Also es ist wenig Neues, ehrlich gesagt. Es ist inhaltlich sehr schwer, weil ich habe, also schwer vom Gewicht so, ich habe in den letzten Jahren, also ich habe Kunst gemacht wie noch nie in meinem Leben, im Sinne von, mir ist Scheiße passiert, also es ist auch viel Scheiße passiert, so privat, mein Herz ist sehr oft gebrochen worden, in einem sehr großen Stil, wie ich es auch noch nicht kannte, dass mein Herz brechen kann, weißt du, enge Freundschaften sind kaputt gegangen, also Rheingold, der Erfolg und alles, das hat sehr viel Balance durcheinander gebracht, weißt du, und ich habe dann viele Schicksalsschlag-Momente gehabt oder einfach Hiobsbotschaften, so und bin dann aber direkt ans Mic gesteppt, weißt du, Fratellino, mein Producer, Slash Engineer und Maestro, die saßen dann da und ich war so, ey mach einfach das Mic an und ich habe angefangen zu Freestyle, das habe ich auch noch nie gemacht, weißt du, also jetzt nicht, dass ich meine Songs so One Take, Jay-Z mäßig gerappt hat, das nicht, sondern eher so neun Stunden am Mic, weißt du, und der Engineer kriegt Burnout, so, aber ich habe sehr viel gefreestylt und einfach rausgelassen, weil ich bin jemand, wenn mir Scheiße passiert, ich erzähle es keinen, ich bin nicht, ich nehme es einfach so, weißt du, es ist so, wie es jetzt so, aber in meiner Mucke lasse ich dann doch wieder alles raus, weißt du, und deswegen ist die Platte, wenn man die hört, hört man schon jemanden, der auf jeden Fall dem sein Herz gebrochen ist und sein Kopf gefickt ist, auf jeden Fall. Also du verarbeitest ein bisschen so die letzte Zeit in dem Album, kann man sagen. Komplett. Hast du auch vor, auf vielleicht, also so Leuten zu antworten, auf deren Vorwürfe vielleicht, die jetzt in der letzten Zeit so aufgekommen sind, möchtest du in deinen Tracks denen antworten? Hast du das gemacht? Eher nicht, ich kriege ehrlich gesagt auch nicht so viel mit von Vorwürfen und Leuten, vielleicht auch besser so, aber ich weiß nicht, vielleicht passiert das automatisch mit ein paar Tracks und aber ich erwähne keine Namen oder sowas. Okay. Aber nice, dass du im Endeffekt dann so auch so ein bisschen dann in Musik wieder dafür das Ventil gefunden hast. Weißt du, du hättest ja auch sagen können, ich hab davon die Schnauze voll oder ich hab gerade den absoluten Karrierehöhepunkt mit diesem krass erfolgreichen Film gehabt, der halt über dein Leben ist und das ist ja schon richtig heftig und läuft international und so weiter und so fort. Man hätte auch sagen können, ich hab die Schnauze voll, ich mach das nicht mehr, aber im Endeffekt ist es dann halt so ein Kunstding, dass du dann da sagst, ich verarbeite das alles halt eben in Musik und mach daraus Musik, weil das klingt jetzt nicht unbedingt so wie, also so wie du es jetzt erzählst, war das ja keine Business-Entscheidung. Nein, nein. Zu sagen, okay, was ich jetzt mache, sind jetzt 40 Tracks, sondern das war eine Künstler-Entscheidung. Deswegen ist das Deutsch auch keine 40 Tracks geworden und es ist auch sehr viel Rap so. Das Ding ist, Rheingold war ein Riesenerfolg, aber du musst dir vorstellen, dass parallel mein Leben einfach voll den Bach runterging. Privat, weil dann teilweise sind Sachen ans Tageslicht gekommen, so weißt du, Menschen konnten ihre Masken nicht mehr verstecken, weißt du, weil denen das einfach zu viel war, alles der ganze Erfolg und so. Teilweise sind aber auch Sachen am Arsch gegangen, weil ich meiner Verantwortung nicht nachgekommen bin, privat, weißt du, Freunden, Familie gegenüber und so. Und dann auch die Firmen, weißt du, ich komm zurück, Bro, ich hör nur Millionen, 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 ich komm zurück, Digga, und mein Buchhalter-Department da von fünf Leuten sag ich mir, ey, wir haben Probleme. Ich sag, wie hast du Probleme, Digga? Wie viele Probleme? Es läuft doch alles. Ja, aber das und das so intern, weißt du, Management-Sachen, wie du sagst, weißt du so, also Finance-Management-Sachen, so. Und es ist alles in den Bach runtergegangen, Digga. Alles, weißt du? Obwohl alles gerade voll abgeht. Kein Mensch kann das glauben, weißt du? Die sind so, hey, Bro, es geht doch gerade voll ab bei dir. Ich bin so, ja, eigentlich schon, aber irgendwie geht alles in den Bach runter, so wie noch nie in meinem Leben, weißt du? Das letzte Mal, vielleicht, als ich in den Knast gekommen bin, so und alles in den Bach runtergegangen ist. Aber da hatte ich auch nicht so viel zu verlieren wie jetzt, weißt du? Nein. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich musste halt am Start bleiben, jeden Tag, im Office sein und die Sachen aufarbeiten und checken, was passiert hier überhaupt, was ist passiert, warum, was habe ich hier falsch gemacht, was ist da passiert? Und hätte ich die Musik nicht gehabt, wäre ich verrückt geworden. Ich sag dir ganz ehrlich, also weil ich, das war immer so, Tobi weiß, Okan weiß, er macht die Doku seit zwei Jahren hier, tagsüber immer, die ganze Zeit so an Tischen, Blätter, Laptop, das, dies, Kopf fix, Anwälte, das, dies und dann abends war so, ich gehe ins Studio, wo habe ich schon ins Studio und da habe ich einfach alles rausgelassen. Das war jeden Tag so, jeden Tag, das ging ein Jahr und sonst ist das Album, wo ich dann mit mir so. Du hast am Anfang des Interviews davon gesprochen, dass du immer dachtest, dass du voll die guten Menschenkenntnisse hast und dann vielleicht doch nicht und jetzt hast du gerade auf den Maskenfallen gesprochen. Willst du darauf vielleicht ein bisschen mehr eingehen? Also was genau ist dir widerfahren vielleicht oder wie hast du das gemerkt? Also, weißt du, mein Leben wurde verfilmt. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass das Leben, also Teile des Lebens anderer Menschen auch verfilmt. Weißt du, so, auch Familie von mir, Freunde von mir und da, mit sowas habe ich gar nicht gerechnet, was das für Ausmaße nehmen kann und das war dann schon so in der Drehbuchentwicklungszeit, wo dann Fatih Akin und seine Leute dann Interviews mit Menschen aus meinem Leben geführt haben und bestimmte Leute auf bestimmte Sachen bestanden haben, dass die vorkommen und so und das dann für Konflikte gesorgt hat, dass es mehrfach zu Situationen kam, dass der Film hätte abgebrochen werden sollen. Also er sollte abgehen. Ja, dass er halt scheitert daran sollen. Ja, genau, im Moment so, genau. Und das hat dann dafür auch gesorgt, dass es Momente gab, die dann nicht so, weil Fatih Akin hat sein Ding komplett durchgezogen, auch mir, weil dem war alles scheißegal. Der hat auch von vorne rein gesagt, ey, Giga, guck mal, wir machen den Film, aber das ist mein Film, das ist nicht dein Film. So, und ich mache Filme, Bro, ich mache nicht irgendeinen Rapper-Fogo oder so, Scheiß, ich mache meinen Film. So, und ich habe da was, was ich sehe und das will ich machen. Ich habe gesagt, Bro, wenn du es nicht wärst, würde ich auch gar nicht weiterreden. Ja, mach das so, aber es gab halt dann viele Momente, wo ich auch nicht cool war mit, so, aber er hat es durchgezogen, aber ich habe das dann aus künstlerischer Sicht dann trotzdem fühlen können, so, obwohl es mich gefickt hat, so, aber Freunde, Familie hatten dann Sachen, wo dann deren Wille nicht durchgesetzt werden konnte und das dafür gesorgt hat, dass Beziehungen kaputt gegangen sind. krass. Ja, und daran erkenne ich dann, okay, warte mal, warte mal, nur wegen dieser einen Kleinigkeit, Digga, so, hä, wir haben unser ganzes Leben lang so, was geht denn jetzt ab? Ist das das Ding? Ist das ein Ego-Ding? Oder was geht ab, Alter, wir haben alles durch, Digga, da hat Ego eigentlich keine Rolle mehr gespielt, weißt du, wir sind keine 20 mehr, weißt du, und, und dann sehe ich, okay, krass, okay, krass, das Ding hat für Balance irgendwie dann doch gesorgt, das ist ein Equalize so ein bisschen, weißt du, Sachen, die anscheinend fertig waren, weißt du. Wirst du mit dem, äh, ganzen Filmbusiness dann weitermachen? Ja. Also geht da noch mehr? Gibt es, keine Ahnung, als Produzent Dinge zu machen, dein Leben ist ja jetzt verfilmt worden, aber Spin-offs aus dem Film zu machen oder irgendwie an diesen Erfolg was anzubauen? Ja, also, das Ding ist, Film ist für mich so die größte Disziplin der Kunst, weil da alle Disziplinen zusammenkommen, von Darstellen, Künsten bis zu, also alles kommt da, weißt du? Schauspielerei, Musik, das Visum, alles kommt da, weißt du, und deswegen habe ich da den größten Respekt vor, ich habe zwei, drei Videos getreten beim Leben für CEO und das hat mich schon ans Ende meiner Kapazitäten gebracht, so seelisch auch, weißt du, und dann Film ist für mich ein anderes Level, aber mit Fatih ist es halt so, ihn so als Mentor zu haben, ist krass, so, und allein nur so Leute, die ich durch ihn kenne und die er mir empfiehlt, wenn er nur sagt, diese Person für das, ich habe von diesen Personen noch nie gehört, ich bin ja nicht aus dem Game, aber er zeigt dann hier hin und dahin und dieses Zeigen ist schon so wertvoll, weißt du, dann lerne ich die Leute kennen und ja, es gibt großes Interesse an Spinoffs bei dem Film, Spinoffs zu den einzelnen Charakteren, da gibt es Charaktere, die mehr gefeiert sind, Charaktere, die weniger gefeiert sind, einer, der sehr krass gefeiert ist, ist Kalo Salaam, da gibt es so eine Martial Arts Nummer, die jetzt auch sehr konkret schon läuft, so, also da ist schon geschrieben worden und da geht es jetzt in die nächsten Steps so und er spielt sich dann, er spielt sich, es geht hauptsächlich auch darum, dass er fetzt, also die Mischung aus, also in der Marktforschung war wohl die Mischung aus seiner Brutalität und Effektivität seiner Fights hin, gepaart mit der Sicherheit und dem großen Brudergefühl, was er gibt so, und der neue Bud Spencer sozusagen. Ja, so eine Mischung aus Van Damme und keine Ahnung, irgendwie einem großen Bruder, keine Ahnung so. Ein Stück weit ist das ja so, wenn man so Charaktere findet und wenn man so Storys findet, vom Straßenleben quasi, die in Gangsterrap oder in Straßenrap erzählt werden können, können ja genauso gut in Filmen erzählt werden, als andere Kunstformen, weißt du, also wenn Schwester Elva hat ein spannendes Leben und daraus kann man eine Rap-Persönlichkeit machen und daraus kann man mehrere Alben machen und so weiter, daraus könnte man aber auch einen Film machen oder daraus kann man auch ein Buch machen, wie ja bei dir, du bist ja genau das Beispiel, du hast erst dein Leben vertont mit Musik, dann hast du ein Buch geschrieben irgendwann und dann gibt es den Film im Endeffekt und so ein bisschen, fast so wie 50 Cent das in den USA gemacht hat, man kann ja noch viel mehr Leute finden und noch viel mehr Storys finden und du hast wahrscheinlich auch noch viel mehr Sachen, die noch nicht jeder ist Rapper geworden, den du irgendwann getroffen hast, der aber auch Film war für sich. Ja, absolut. Also 50 ist auch mein Vorbild so. Ich habe mich sehr mit ihm auseinandergesetzt, so wie er das gemacht hat, weil er hat das Schlaue, das Gute, was ich bei ihm sehe und was ich auch so machen will, ist nicht zu sehr versuchen, jetzt ein Filmproducer zu sein und ein Filmemacher, weil das bin ich nicht, auch wenn ich eine große Leidenschaft da habe, sondern eher dafür zu sorgen, dass Sachen möglich werden. Und das hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht. Das Ding ist, dass 2008, 9, 7, 10, diese Zeit so, du weißt, das war die Zeit, wo diese ganzen Storys noch nicht erzählt waren. Da war noch Deutschrap, in Deutschland gibt es keine Ghettos, war die Debatte. Weißt du so? Deutschrap kann nicht Gangster sein, und dir geht es allen gut und so. Weißt du, das war noch die Zeit. Ja. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Weißt du? Und Storys sind erzählt ohne Ende. Also wir haben unsere Storys auf jeden Fall erzählt. Und ich fühle mich wohler, Repertoirearbeit zu machen. Also auf den Storys, die ich erzählt habe, nochmal was zu machen, wie jetzt zum Beispiel bei der Tour, als jetzt irgendwie versuchen, neue Gangster-Storys zu erzählen. Jetzt die letzten Jahre haben dafür gesorgt, dass ich ein neues Album machen kann, wirklich was inhaltlich, einfach komplett neue Inhalte sind. Einfach, weil ich Verarbeitung meines Lebens hatte. Aber mit Film fühle ich mich gerade so. Also im Film in Deutschland ist es gerade so wie 2008 Hip-Hop in Deutschland. Weißt du, Straßenrap so. Die Storys sind nicht erzählt. Es gibt hier 4 Blocks und so. Es gibt so 2, 3 Momente so in Deutschland. Die waren geil, haben auch geknallt. Aber da gibt es ja eine Menge noch zu erzählen. Aber es hat gerade erst angefangen. Und da sehe ich uns so ein bisschen. Weißt du, das ist auch, wo Fassin uns haben will. Da sind wir auch mit ein paar anderen Filmbeuten so in Deutschland und so. Die sehen das alles so. Und ich denke, da können wir gut abliefern. Weißt du, und das ist auch unsere, da habe ich auch Bock drauf. Weißt du, das neue Challenge, bro. Weißt du, Hip-Hop, bro, wie oft sollen wir dann noch Gold gehen? Und alles, weißt du so. Das haben wir alles geschafft. Gott sei Dank. Wir sind sehr dankbar. Weißt du. Aber es ist auch begrenzt, weil es deutschsprachig ist. Es ist auch immer nur GSA, GSA, GSA. Das ist natürlich krass an Filmen und auch an deinem Film, dass du halt nicht mehr diese Sprachbarriere hast. Weil Rapmusik geht zum Teil auf. Wir haben auch alle, keine Ahnung, sind mit englischem Rap groß geworden und französische Sachen gehört und so weiter und so fort. Aber man findet zu, egal wie gut die ist, vielleicht zu italienischer oder polnischer Rapmusik oder russischer da nicht den gleichen Zugang, weil man halt einfach nichts versteht. Das heißt, du bist als Rapper natürlich auch immer ein bisschen an die Landesgrenzen gebunden. Und mit dem Film kann das plötzlich einfach synchronisiert werden und wie du vorher gesagt hast, aus was weiß ich, was für Länder schlecht ist. Zum Beispiel Rheingold hatte schon 50% Untertitel, was eigentlich dafür sorgt, dass es weniger Erfolgsaussichten gibt so in Deutschland. Hast du da eigentlich dann auch mal überlegt, nachdem du das international auch so Erfolg gehabt hast, mit dem Film auch Songs auf Englisch zu machen? Nee, nicht tatsächlich, aber weil es zu unecht wäre, nicht so. aber was halt auf dem Tisch liegt, ist so zum Beispiel Russland kommt das alles noch raus und da ist das Ding, dass wir da mit auf Tour gehen und wir haben jetzt so ein Ding, dass wir zum Beispiel Mama war der Mann im Haus, wir haben eine AI-Firma, wo wir mit drin hängen, so halt mir pur, so Ex-Rocket-Internet-Vorstand, mit dem machen wir jetzt so Musik-AI und er ist da sehr fit drin und wir werden jetzt einfach Mama war der Mann im Haus in den Ländern, wo das Kino kommt, einfach mit auf der Sprache rausbringen. Krass, okay. Hast du da schon reinhören können? Also ja, wir müssen das aktiv mitmachen, weil das Ding ist, er ist auf uns angewiesen, dass wir zum Beispiel jemanden auf Französisch finden, also der auf Französisch schafft, den Text irgendwie dann so zu rappen, dass es jetzt nicht nur rein übersetzt ist, sondern auch sein Flex hat. Der Flow muss ja auch angepasst werden. Es muss dann ja auch ein guter Rapper sein, das machen so. Und dann aber trotzdem mit meiner Sprache, mit meiner Stimme, der AI, so, Französisch, der Hüte und so. Crazy. Das ist crazy. Das ist geil, ich hab Sachen da. Du rappst dann plötzlich quasi Sprachen, die du gar nicht kannst. Ja, genau. Und Flex auch auf der Sprache, den ich niemals, ich weiß gar nicht, wild. Ja, genau. Und das wollen wir jetzt machen. Vielleicht ist dann in Zukunft die Sprachbarriere auch weg bei Rap, ne? Wenn das jemand nachhebieren soll. Genau, das ist der Plan von Soil gewesen. Und wir machen das jetzt. Mal sehen, Alter. Crazy. Krass, Alter. Also ich meine, das gibt's schon auf YouTube-Ebene, so mit ganz Kindern-Videos und so, die es auf jeder Sprache gibt. Niki und Vlad und so Scheiß, weißt du? Ich bin schon scheiß. Also Gott lässt dem, weil die Kinder sind ruhig wegen hin, weißt du? Aber so, das gibt's ja dann auch auf jeder Sprache einfach. Das ist wahrscheinlich auch AI, so, weißt du? Damit es schneller geht. Deswegen, also. Vielleicht erscheint dieses Interview ja auch. auf Russisch oder so, Alter. So halt, so halt, er ist ein Brain, er sagt immer, wenn es in einer Sprache funktioniert, funktioniert es in einer Sprache. Stimmt auf jeden Fall. Okay, also versuchen wir mal zusammenzufassen. Es gibt dann immer noch wie zum Beispiel das AI-Projekt oder der neue Digitalvertrieb Gaddafi. Gaddafi ist ein Label oder ein Digitalvertrieb? Dachtest du, ich mach jetzt gar nichts mehr, oder was? Nein, nein, du machst schon noch, also auch Business Ventures nach wie vor. Es gibt vor allem weitere Musik, das ist ja schon mal sehr geil, nämlich erstmal jetzt natürlich die Tour, wegen der wir uns hier getroffen haben. Ich hab die Dates am Anfang genannt. 26. geht's los. Wir sehen, ob wir noch so schnell ausstrahlen, aber genau. Und dann geht's im April weiter und nochmal im Juni. Dann gibt's Coop 2. Geil, mit Feature-Gast dabei. Dann gibt's 40 Songs, die in 5er-Paketen bis Jahresende rausgeballert werden. Ist okay, oder? Knaller? Geil. Was hab ich noch vergessen? Fehlt dir noch was? Achso, ein Spin-Off. Von der, mindestens eins. Oh, Cannabis. Genau, das wollte ich gerade auch noch einwerfen. Weil es so aktuell ist. Bloomware Group. Was sagst du zu dem Ganzen? Legalisierung kann ja jetzt leider noch gekippt werden. Also wir sprechen jetzt hier noch vor dem 22. Wenn das Interview draußen ist, wissen wir, glaube ich, John ist unser Legalisierungsbeauftragter. Ich hab mich selbst zum Cannabis-Experten hier in der Firma gemacht, aber ich hatte ja auch die Ehre, mit Karl zu sprechen, mit Herrn Lauterbach. Baba. Und der hat mir das damals versprochen, so, dass das Release-Date eingehalten wird. Wie gesagt, jetzt steht's so ein bisschen auf der Kippe, kann sich vielleicht noch ein bisschen ziehen, aber du planst eh schon seit mehreren Jahren was, so, ne? Man rechnet ja auch schon länger mit der Legalisierung. Du arbeitest da mit der Bloomwell Group zusammen. Was geht da ab? Ich hab auch LinkedIn-Sachen gelesen, so. Also wir hängen da bei Bloomwell mit drin, so, Bloomwell Group, die haben Algea Care, das ist medizinisch zum Beispiel, da haben wir schon über 10.000 Patienten im medizinischen Sektor. Das läuft schon auch seit Jahren, weißt du, und jetzt geht's drum, dass ab dem 1.4. es way easier wird für die Menschen, weil es kein BTM mehr ist, dann über die Apotheken Gras zu ziehen. Das heißt, die Leute reden viel von Cannabis-Clubs und so, ist cool, schade so, aber es wird, glaube ich, eher so dieses Ding, so wie ich's verstanden hab, jetzt so aus Insider, so, dass es eher das Ding wird, wie damals in Kalifornien, wo auf einmal jeder diese Karte hat und von der Apotheke Weed holen konnte, weißt du, ich glaub, das wäre eher dieses Ding und ich freu mich übertrieben drauf. Ich komm ja aus der Welt, weißt du so, ich hab's vertickt, ich hab's geraucht, ich hab's vor allem sehr lange geraucht und irgendwann hab ich Tyschosen bekommen, so mit 20, 21, 22 und hab dann auch aufgehört und hab dann durch Bloomwell erst, weil ich da die Ärzte kennengelernt hab, die haben ja in jeder Stadt Ärzte so und die haben mir dann ganz simpel, aber ich hab's dann erst geraucht, gesagt, hey, hör mal zu, du rauchst die ganze Zeit irgendein Weed, was dir auf der Straße gegeben wird mit der Info, das knallt, aber du weißt gar nicht, es gibt keine Ahnung, wie viele Tausend Straits so und jedes ist für was anderes am Start so und was willst du überhaupt? Ja, hey, ich will arbeiten können, weißt du so, ich hab nicht dieses Ding, dass ich nicht einschlafen kann, ich kann einschlafen, weißt du, aber ich will arbeiten können, ich will kreativ sein können, aber ich hab irgendwann aufgehört, weil ich so Psychosen bekommen hab, Komplexe, ich saß irgendwo in der Runde und ich konnte auf einmal nicht mehr reden und so, ich hab mich wie ein Opfer gefühlt die ganze Zeit, weißt du, ich hab Sorgen gehabt auf einmal vom Kiffen, immer so Sorgen, 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 ich bin eigentlich ein Mensch, der gar keine Sorgen hat, und die haben mir dann gesagt, ey, warte mal, nimm das hier, nimm balanced Weed, wo das CBD mindestens so viel ist, wie ich das her erzähle und so und ich mach das und ich denke, hey, krass, das funktioniert, was die Ärzte sagen, weißt du so und dann ist es doch vielleicht echt gut, dass das ganze Weed-Ding in die Hände von Ärzten kommt, und ich mein, das ist eh schon irgendwie, aber so noch mehr und man noch einfacheren Zugriff darüber hat, als auf der Straße, wo man einfach nur hört, der knallt, Bruder, ist gut, Bruder, weißt du, und ich denke mir, okay, der Arme-Bruder kann auch nichts dafür, der ist verkauft, weißt du, der weiß auch nur, es knallt, es knallt, aber man kommt vielleicht selber überhaupt nicht drauf klar und fickt sich damit einfach nur. Ich glaube, besser bei diesem Thema, was eh fast gefühlt, jeder zweite, den man kennt, kippt so und das läuft bis jetzt so Freestyle, vielleicht ist es echt besser, wenn es so ein bisschen ordentlicher und analysierter läuft, weil am Ende ist es auch Verantwortung und so, es ist kippt. Haben wir die nochmal hier zusammenfassen mit den Timings eigentlich auf dem Schirm gehabt, also die Songs kommen ja Stück für Stück raus und Coop wolltest du noch nicht, wann das rauskommt, ne? Also guck mal, die Songs kommen Stück für Stück, ich musste eigentlich schon vor zwei Wochen die Songs kicken, ich hatte auch Fans versprochen, dass ich vor der Tour, also vor nächste Woche Dienstag, also jetzt, vor Köln Show, 26er Dritter, schon die Songs raushaue, das muss ich auch tun, Tobias, irgendwie, ich hau die einfach raus, kennst du so, MySpace-mäßig, alle, die ich mein Wort gehalten habe, so, so, genau, und Coop wird dieses Jahr passieren müssen, also, krass, Hafti, mein Bruder, ich liebe dich, Haftbefehl, ich liebe dich, Eiko, du bist der Einzige und Kalim, ihr seid die Männer in diesem Game, alle, und Eiko, und ich meine, weißt du, aber Eiko, ich liebe dich, Bruder, du bist der krasseste Künstler, den es gibt und wir hatten ein paar Sessions dieses Jahr, es tut auf jeden Fall gar nichts an, bin gespannt, okay, dann sehen wir uns erstmal am 26.03. in Köln und ziehen uns deine Show rein und dann sehen wir uns hoffentlich nochmal öfter hier so in der Runde, wenn wir über die ganzen Releases und weiteren Projekte sprechen können, die dann auch alle rauskommen, bis dann vielleicht mehr oder weniger ein Schlussstrich unter das Goldman-Kapitel, aber gleichzeitig dann eine Menge neuer Anfänger bei dir, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, danke, dass du uns die ganzen Einblicke da reingegeben hast, weil fand ich sehr gutes Gespräch und sehr, keine Ahnung, sehr erwachsen und gibt bestimmt vielen Leuten was mit, dass du halt, keine Ahnung, die Sachen halt gesherst hast, darüber gesprochen hast und die so jetzt auch schon reflektieren konntest in den letzten Monaten, deshalb auf jeden Fall danke, dass du hier warst und lasst uns das gerne häufiger wiederholen, viel Erfolg auf jeden Fall jetzt erstmal auf der Tour und ihr könnt euch dann zum Beispiel am 26.03. dann im April und dann im Juni Chata mit den Heavy Tones reinziehen. Bis dann. Ciao, ciao. Dann, ciao. Ciao.